Willkommen zu einer entspannten Runde Katerstrike mit dabei ist heute Hallo ich bin Deutsch Der deutsche Junge Das ist ein Cheater Irgendwann reite ich auf Vögeln Nicht gut Ähm Liener Typ Haha Liener Typ ich freu mich jetzt schon aufs Leben Kann auch reinhacken Mach ne Seko Streng genommen ist ein Diesel auch ne Eko nur halt keine Fulle Eko Und streng genommen geht man bei ner Eko nicht sooo tief im Mani Ähm Also ich bin jetzt zwar kein bisschen eingespielt ne Und ich bin auch kein Experte jetzt Aber das sieht mir so ein bisschen aus als würde der mich durch die Wand treffen Hoi Hinter dir hinter dir hinter dir Ich hab aber auch direkt solche Spackis bekommen Jetzt im Fenster schauen oder so Ich hab gerne was für Utility Damage ich den grade gemacht habe Der eine geht hier lang Schön Sehr sehr gut Sehr sehr gut Sehr sehr gut Sehr sehr gut Äh wo ist der Der ist so ein Ja warte Ach das hast du Der ist Der ist ja da Da vorne Schön Der einer ist im Wasser Ja Schön Keine Ahnung wo der andere ist Ah das bist du sorry Ich glaub der andere ist oben Ne 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 der andere ist Draußen irgend Oh Kannst du mir irgendwas legen? Ja Jawohl Jawohl Ehre Hast du jetzt nur ne Liegel? Nein Hast du jetzt nur zwei Liegel? Ich hab ne Mc10 einfach Ja moin Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich irgendwo aus dem Mix Warte mal war der nicht grad rechts irgendwo Nein da unten links ist einer und links beim Balkon ist einer Da war der eben Ich hab ihn nie grade gesehen Der ist noch nicht oben Ja da ist der zwischen irgendwie Ja da ist der zwischen irgendwie Krasse in Ruhe und so Was da da ist so Ist ja ehrenlos jemanden einfach anzuschießen Beide Beide noch Vorne Du kannst in Ruhe planten Komm Ah Ok Jetzt Haben wir nämlich Geld für einen sogenannten Full Buy Jetzt kauft noch einen Scheiße ich hab vergessen wie man einkauft Das Liebe Fische Was an der Stelle Komplett Der andere ist auch unten Der andere ist unten Der andere ist unten Ähm ja der Typ ist Einfach durchgerusht Ach du warst noch am Leben Ich dachte Egal komm Sitzis Pistol hole ich alleine Anschalt einfach Ich weiß was gut ist nix Denk da immer dran Denk immer dran Sitzis Pistol hole ich alleine Ähm gut Können wir kurz darüber reden Dass der Typ am Cheaten ist Das es überhaupt traurig ist Dass so wie der Typ reincheatet Ist noch nicht Äh 8 0 steht Du hast noch 2 HP ganz gechillt Du hast noch mehr als genug Bleibt da mal überhaupt Ja Schade Ich würde mal vorschlagen Dass wir uns Dass wir so verbleiben Dass wir uns fragen Woran es gelegen hat Der Typ ist nicht clean Der Typ ist einfach nur Der ist schwul Aber nicht clean Nop Warum treffe ich gerade mit der Orb Garnix Nop Nop So Bist noch am Leben Dann helfe ich dir da mal Schön Dein ist hier oben irgendwie Ja der steht hier Soll Lell Soll Soll Sofus und Gel So Sofus Sofus Sag ich dann Nope Kaum Mann Ach Bünden Keller Ja ja äh, Short Distance, AWP, No Scope Shot, den ich je gesehen habe. Eik, das war schon krass. Dafür darfst du dir heute Abend eine Ananas gut freuen. Unten einer. Schön. Unten war einer. Ah, wie soll ich hier gespannen? Hier bis auf dem Dach. Easy. Ich gehe jede Wette ein, sobald wir, ähm, Ich gehe dir komplett ein, ich weiß. Mhm. Was ein Schrasti. Wie kann man denn so inkompetent sein? Wie die schlechte Snacker, die ich in meinem ganzen Leben nie gesehen habe. IRRE! GENOMM! Das ist mal ne Aussage, ne? Als wäre man schon einschaltet und das dann auch noch so verkackt. Ganz ehrlich, da kann man doch nicht mehr von Sinnen sein, oder? Unten habe ich mal nix gespottet. Er ist hier unten, der ist unten, bei der Treppe. Ja. ANDER NOPE NOPE Warte mal, hat der die Bombe schon? NOPE Ja. NOPE Ok. Bitte sag mir, dass du ne Smoke kattest Ich glaub die haben nur... Das war wirklich ein krasser Move, Alter, du bist krass, Nick Da ist das, wir campen jetzt oben Wo ist der, wo ist der Ich hab keine Ahnung Pass aber auf Ich glaub weiter weg oder so Aber... Ich hab nicht gesehen, wie der mich geholt hat oder von wo Wird der Hacker gesagt Wird der Hacker gesagt Ja da hinten steht er Das ist ein Hacker, Nick Das ist ein Hacker, der hätte mich da nicht treffen können 20 Sekunden Wenn ich jetzt so die Runde abgebe Das ist kein Fake-Blind WHAAAAT 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 Ich hab aber damit gerechnet, ich hab trotzdem nicht hinbekommen Leute, wenn ihr dafür seid, dass die Tunnel aids sterben Das ist ein Hacker WHAAAAT 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 WHAAAAT